Bunt und vielfältig wie ein arabischer Markt, ein Souk, ist das Souk-Magazine. Die Nachwuchsjournalisten berichten aus dem arabischen Raum. Dabei geht es nicht um Konflikte und Krisen, sondern um den Alltag. Sie erzählen von einem Kamelmarkt in der Nähe von Kairo, von einem verregneten Fußballspiel in Syrien oder von Künstlern in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Konsequent setzen die Macher dabei auf die oft vernachlässigte Darstellungsform Reportage und bereiten ihre Eindrücke multimedial auf. So schlagen sie eine Brücke zu den Kulturen des Orients und schicken die Nutzer auf Entdeckungsreise in eine fremde Welt. So schlagen sie eine Brücke zu den Kulturen des Orients 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 des